Wie ist es erfrischend, dass man mit so einem ernsten Thema wie Gewalt auch betont oder lebensbejahend umgehen kann, so wie ihr das heute tut, an diesem Tag, diesem One Billion Rising. Wir arbeiten Tag für Tag an der sogenannten Zivilgesellschaft in Salzburg, wo sowas nicht passieren soll, leider immer noch passiert, das ist uns klar. Ja, Servus, Frau Landesrätin, und ich kann nur versprechen, wir machen weiter auf den Weg. Euch wünsche ich jetzt einfach beim zum Glück tollen Wetter eine tolle Kundgebung. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Musik